Musik Musik Weil ich Strom schon immer faszinierend fand Und es hat mich einfach gereizt, um mit einer Sache, die man nicht sieht, große Dinge zu bewegen Und dadurch, dass Strom überall da ist, denke ich, habe ich mir einen zukunftsorientierten Job ausgesucht Musik Musik Die Herausforderung liegt darin, dass man die Anlage schnell wieder zum Laufen bekommt Denn jeder Tag, wo die Anlage steht oder jede Stunde, verliert die Firma Geld Und die Firma bezahlt mich dafür, dass sowas nicht passiert Musik 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 Also da kann es einem niemals langweilig werden, weil wir jeden Tag was anderes zu tun haben Und bis man diese Firma überhaupt kennenlernt, dauert es Jahre, bis man mal alles gemacht hat Man fängt an von Motorabklemmen bis hin zu solchen großen Anlagen wie den selbstfahrenden Lkw hier Musik 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 Musik